Fußballwetten 14.10.2019 Verlust 13 Uhr Autor Deser Ölzamek kennt sie YouTube Diesmal haben die Prognosen leider einen Verlust gebracht, da bei 64 Euro einsetzen nur 50 Euro gewonnen werden konnten Montag 14.10.2019 Bulgaria England 1 und 2 0 zu 6 1 Euro 15 1 Euro 15 Litauen Serbia 1 und 2 1 zu 2 1 Euro 5 1 Euro 21 Moldavia Albania 1 und 2 0 zu 4 1 Euro 80 2 Euro 17 Ukraine Portugal 1 und 0 2 zu 1 3 Euro 37 Euro 17 Kosovo Montenegro 1 und 0 2 zu 0 1 Euro 55 11 Euro 12 France Turkey 1 und 0 1 zu 1 4 Euro 50 50 Euro 3 minus 64 Euro minus 13 Euro 97